Ja, ich danke Jesus für das, dass er in mir wohnt. Ich danke ihn für all das, was er in mir bewirkt hat. Ich danke auch schon im Vorras, dass er mir immer wieder die Kraft gibt, alles wieder in mir neu zu sehen, mit anderen Augen zu sehen. Ja, wie vorher. Das Alte ist vergangen, das Neue ist da. Amen. Und dadurch, dass wir immer wieder zum Heiligen Geist beten, um Weisheit und Offenbarung, wird es uns immer wieder zuteil werden. Und das ist auch so mein Leitsatz. Also ich möchte immer wieder zum Heiligen Geist beten, um diese zwei Sachen. Weisheit und Offenbarung. So, dass er immer wieder in mir die Augen aufmachen kann, die Augen der Seele aufmachen kann. Und darum bitte ich ihn, dass er uns allen hilft, ja jetzt und auch die nächsten Tage uns mit seiner Weisheit zu erfüllen und uns die Offenbarung darzulegen. Danke. Danke, Jesus. Danke. Danke. Danke.